Nett, dass ihr uns wecken kommt, aber das nächste Mal ruft vorher an, ja? Noch in einer halben Stunde wieder. Wir wollen uns nur noch ein bisschen frisch machen und ein paar Corsons holen und so. Ich habe eine Schwäche für Leute, die so ein geöltes Repertoire an Großmäuligkeit drauf haben. Kenne ich sonst nur von Politikern. Hier hilft die Sonderbehandlung. Blackmatic.